Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das blutende Erz anzunehmen bei Belagerungsingenieur Viertelblitz in der Drachenöde an dieser Position. Ich nehme die Quest auf während des Wedges 9.2.5 mit einem Charakter, der schon viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Allerdings bin ich davon überzeugt, das Video hilft euch auch in Viertelk Classic. Wie ihr sehen könnt, kann ich fliegen, aber ich halte mich in der Nähe des Bodens. So könnt ihr immer meinen Weg nachverfolgen und nachlaufen. Hoffe mal, das ist euch eine Hilfe. Nun bin ich schon in der Nähe von der Mine. Minen von Wintergarde, glaube ich, sind die. In dieser Position bin ich nun. Und nun müssen wir 10 seltsames Erz sammeln. Das ist dieses hier. Also dafür müsst ihr kein Bergbauer sein. Ich habe hier überhaupt keinen Beruf mit diesem Charakter. Ihr müsst einfach nur dieses Erz benutzen. Also in meinem Fall mit Rechtsklick anklicken. Und schon baut ihr es ab. Auch als nicht Bergbauer. Geht es hier entlang. So. Sieht aus wie Torium ein bisschen, oder? Was sagt ihr? Nun habe ich auch schon 4 Pond sehen. Solltet ihr das Erz nicht abbauen können, könnte es sein, dass ihr das Quest Item auf die Bank gelegt habt, oder eventuell zerstört habt. Dann müsst ihr vermutlich beim NPC, wo ihr die Quest annehmt, entweder ein neues Quest Item holen, Viertel Blitz Bergbau Spielsacke, oder ihr müsst die Quest abbrechen und einfach nochmal neu annehmen. Ja, das hat schon einen Vorteil, wenn der Charakter viel zu hoch fürs Gebiet ist, kann ich einfach bei den ganzen Mobs vorbeilaufen. Und nun bin ich bei 7 von 10. Ach, hier wisst ihr auch eins. Schaut mal, ich glaube, der Mob ist erst unter der Spitzhacke weg. Und jetzt bin ich auch schon bei 10 Stück. Wenn ihr Wirtel gar kräftig requestet, oder levelt, dann müsst ihr halt logischerweise die Mobs töten, falls sie adden. Nun laufe ich wieder hinaus. Und ihr seht, hier ist noch viel mehr Apps. Und nun zeige ich euch, wie man zurückkommt. Einfach diesen Weg hier hochlaufen. Gib links abbiegen und dann ist man auch schon gleich in der feste Wintergarde. So. Gib nochmal links, dann rechts. Und schon bin ich da. Quest ist abzugeben bei Belagerungsingenieur Viertelblitz in der Wachenöde an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonniertknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch da besucht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.